Ich bin Thomas Gottweit. Ich hatte vor einem Jahr die Idee, die Ukraine zu unterstützen. Am Anfang nur mit Freunden und kleinen Hilfsgütern. Seitdem waren wir insgesamt sieben Mal in der Ukraine, haben ein riesiges Netzwerk aufgebaut und wissen ganz genau, wo die Spenden hinkommen und da verstehen wir auch gerade. Ich danke Ihnen schon mal für viele weitere Spenden. Hallo, ich bin Kerstin Will. Wir haben einen eigenen Verein gegründet inzwischen, Peace and Love Transports und ich bin die Kassiererin dafür und freue mich über zahlreiche Unterstützung von euch. Ja, nachdem jetzt leider nach einem Jahr wir immer noch helfen müssen, haben wir gesagt, okay, wir machen das und wir danken natürlich für eure Unterstützung und für euer Geld, dass wir Hilfsgüter, dass wir Lebensmittel, dass wir Medizin in die Ukraine bringen können. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.